Und so kann man dann immer wieder 26,47 Euro pro Klick verdienen. Herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Video gibt es mal eine extrem geniale Methode, mit der man wortwörtlich entspannt und ohne Stress Online-Geld verdienen kann. Dabei werden wir einen ganz einfachen YouTube-Trick verwenden, der es uns ermöglicht, immer wieder 26,48 Euro pro Klick zu verdienen. Das Ganze ist eine sehr einfache Methode zum Online-Geld verdienen für Anfänger. Ihr braucht für diese Methode keine Erfahrung und auch kein Startkapital, was natürlich immer sehr, sehr wichtig ist. Wichtig zu sagen, ich hatte eine Methode dieser Art schon einmal vorgestellt, aber weil sich eben so viele Leute einen zweiten Teil gewünscht haben, gibt es heute nochmal ein Update quasi, beziehungsweise auch ein Upgrade von dieser Methode, wie ihr noch mehr rausholen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, jetzt seriös und langfristig Online-Geld zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen im Internet aufzubauen. Heute beschäftigen wir uns eben mit einem sehr, sehr spannenden YouTube-Trick, der es einem eben ermöglicht, immer wieder über 20 Euro, beziehungsweise sogar über 25 Euro mit nur einem einzigen Klick zu verdienen. Wie das Ganze funktioniert, werden wir uns jetzt mal ganz genau anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Gib gerne einen Daumen hoch, wenn du noch weitere Videos dieser Art sehen willst und dann starten wir auch direkt schon durch. Noch ein ganz wichtiger Hinweis und zwar, dieses Video ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Online-Geld verdienen, zum Nachmachen. Das heißt, schaut euch das Ganze von Anfang bis zum Ende an und überspringt auch keine Schritte, denn sonst wird es nicht funktionieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. So und zwar werde ich euch heute mal einen extrem genialen YouTube-Trick verraten, mit dem ihr gutes Geld verdienen könnt. Und zwar sind wir für diesen Trick natürlich erstmal auf YouTube. Das ist hier die ganz normale Startseite youtube.com. Und hier können wir jetzt natürlich uns die ganzen Kategorien aussuchen. Das heißt beispielsweise Gaming, Musik, Kochsendungen, Fußball, Animation und so weiter und so fort. Und was uns aktuell interessiert, ist das ganze Thema Entspannung, Relaxen, Meditation. Warum? Weil viele Leute eben sehr, sehr gestresst sind, sei es von der Schule, von der Arbeit, von der Uni, vom Lernen, von der Familie vielleicht sogar, wollen wir natürlich nicht hoffen, aber das soll ja durchaus mal vorkommen. Und deswegen wird es immer wichtiger, dass man sich entspannen kann. Das heißt, das Ganze funktioniert mit Meditations- beziehungsweise Chill oder auch Relaxing Music. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt einmal eingeben, beziehungsweise ich habe es natürlich schon vorbereitet und zwar hier Relaxing Music. Und da sehen wir, diese Videos machen extrem viele Aufrufe. Also hier wirklich nicht mal, nicht nur ein, zwei Millionen, sondern hier 350 Millionen Aufrufe. Hier 300 Millionen Aufrufe, 197 Millionen Aufrufe, 172 Millionen Aufrufe. Also wirklich richtig, richtig extrem viele Aufrufe. Und hiermit kann man eben richtig gutes Geld verdienen. Und zwar, ihr müsst jetzt keine Angst, ihr müsst keine eigenen Videos erstellen und ihr müsst auch keine eigenen Bilder etc. erstellen. Ihr müsst keinerlei Kenntnisse haben, wie man Musik aufnimmt, wie man Musik hochlädt, sondern ihr müsst nur diese Schritte, die ich jetzt zeige, befolgen. Und zwar, wir analysieren natürlich mal, wie man hiermit Geld verdienen kann. Und zwar bei YouTube ist es natürlich so, dass es viele verschiedene Einnahmequellen gibt. Und zwar, wenn jetzt ich zum Beispiel auf dieses Video hier klicke, dann kommt natürlich meistens Werbung. Und wenn Werbung läuft, dann wird man eben dafür bezahlt. Das heißt, die Hälfte geht an YouTube und die Hälfte geht an denjenigen, der hier dieses Video dann eben erstellt hat. Aber da gibt es natürlich einen kleinen Haken. Und zwar, man kann erst mit YouTube-Werbung Geld verdienen, wenn man 1000 Abonnenten hat und wenn man eben 4000 Stunden Aufrufzeit hat. Das heißt, insgesamt muss der gesamte Kanal 4000 Stunden Wiedergabezeit haben. Und das ist gerade am Anfang gar nicht mal so leicht zu erreichen. Wir wollen natürlich eine Methode haben, die man auch als Anfänger sofort umsetzen kann. Und da gibt es jetzt noch wirklich einen Trick. Und zwar, man kann natürlich nicht nur mit YouTube Geld verdienen, beziehungsweise mit der Werbung, sondern auch mit sogenannten Affiliate-Links. Und deswegen werden wir das heute einmal ganz einfach durchführen. Und ich werde euch genau zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, wir analysieren das Ganze einmal. Und zwar hier sehen wir zum Beispiel diesen Kanal. Der hat sich komplett auf das Thema Entspannungsmusik, Relax Music fokussiert. Und zwar der Soothing Relaxation. Und diesen Kanal werden wir uns jetzt natürlich einmal anschauen. Und zwar, der Kanal hat 9,69 Millionen Abonnenten, also fast 10 Millionen Abonnenten. Und er hat eben eine sehr, sehr interessante Strategie. Und zwar, er lässt immer durchgehend drei Livestreams laufen. Das würde ich euch auch empfehlen. Und parallel hat er natürlich auch zahlreiche Videos online. Das heißt, er lädt immer und immer wieder Aufrufe, beziehungsweise Videos hoch zum Thema Entspannungsmusik. Und ja, macht das Ganze wirklich schon eine ganze Weile und ist damit sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, hier können wir nochmal raufschauen. Hier, er hat schon über 3 Milliarden Aufrufe gesammelt. Und jetzt werde ich euch natürlich mal eine Strategie verraten, wie ihr das Ganze auch machen könnt, mit relativ wenig Aufwand. Weil einige werden jetzt denken, okay, so ein Video hochzuladen, vor allem wenn es 3 Stunden ist, das dauert doch ewig. Vor allem, wenn man dann in 3 Stunden Musikmaterial braucht. Wie kann man das Ganze denn machen? Und das ist gar nicht mal so schwierig, wie man denkt. Und zwar werde ich euch jetzt natürlich ein paar Schritte zeigen, wie ihr die Videos hochladen könnt und wie ihr natürlich auch damit Geld verdienen könnt, ohne mit YouTube Werbung, beziehungsweise ohne YouTube Werbung laufen zu lassen und ohne mit dem YouTube Partner Programm Geld verdienen zu müssen. Und zwar funktioniert das Ganze folgendermaßen. Wir brauchen natürlich erst einmal ganz normal, ja, die Musik. Das heißt hier, wenn ich jetzt hier diesen Kanal auswählen würde, kann ich jetzt natürlich nicht einfach hier ein Video runterladen. Warum? Weil das natürlich hier urheberrechtlich geschützt ist. Aber es gibt eine Option bei YouTube selbst, die ihr verwenden könnt, um wirklich richtig gutes Geld zu verdienen und um wirklich legal an Videos, beziehungsweise an Musik zu kommen. Und zwar, wir klicken hier mal auf den Filter und hier sehen wir dann zum Beispiel Creative Commons. Und jetzt können wir hier einfach raufklicken und jetzt werden uns hier Copyright-freie Videos angezeigt. Das heißt, hier haben wir Musik, zum Beispiel hier auch wirklich gute Musik, 3,1 Millionen Aufrufe oder hier nochmal 2,8 Millionen Aufrufe. Und hier steht sogar im Titel No Copyright. Das heißt, dieses Video, beziehungsweise diese Musik dürfen wir legal und seriös verwenden. Und hier haben wir auch direkt schon zum Beispiel 3 Stunden Musik. Das heißt, das Einzige, was wir jetzt machen müssen, ist, wir gehen hier einmal rauf und dann wählen wir das Ganze aus. Und ja, haben wir hier das Video, können wir hier auf Teilen klicken und dann haben wir hier auch schon den Link. Und jetzt kommt die erste Seite ins Spiel, die ihr verwenden könnt und zwar die Seite noTube.net. Wird so geschrieben, noTube einfach wie YouTube, nur halt anstatt you mit no vorne. Und hier können wir jetzt, ja, den Link einfügen. Hier, zack, fügen wir den Link ein. Und ja, nur Text einfügen, haben wir jetzt hier den Link eingefügt. Und jetzt können wir hier das Ganze als MP3-Datei runterladen. Das heißt, wir haben jetzt die Musik schon runtergeladen. Wir können es auch, wenn wir wollen, als Video runterladen. Dazu klicken wir einfach hier rauf und können dann zum Beispiel MP4 auswählen. Aber uns interessiert natürlich erst einmal nur die Musik, weil wir ja natürlich jetzt nicht das Bild auch verwenden wollen, was schon auf dem Video Cover, beziehungsweise was schon im Video verwendet worden ist. Das heißt, hier können wir jetzt ganz einfach die Musik runterladen, indem wir hier auf OK klicken. Jetzt werden einige kluge Köpfe von euch aufgepasst haben. Okay, jetzt haben wir schon mal Musik, aber man kann ja nicht alleine Musik hochladen bei YouTube. Man braucht ja noch ein Bild, beziehungsweise auch mehrere Bilder. Und auch die könnt ihr ganz legal und seriös verwenden, indem ihr hier zum Beispiel diese Seite hier verwendet, pixabay.com. Das ist eine Seite, auf der ihr auch copyrightfreie, also urheberrechtsfreie Bilder verwenden könnt. Hier kostenlose und lizenzfreie Bilder. Das heißt, hier können wir jetzt einfach auch einmal Relaxing eingeben. Oder hier zum Beispiel Meditation, genau steht hier schon, oder Meditation eben auf Deutsch. Und ja, hier sehen wir dann auch schon richtig viele Bilder zum Thema Entspannung. Hier zum Beispiel eine Frau, die gerade hier Yoga macht, rechts auf der Seite. Oder hier zum Beispiel Steine in der Wildnis. Oder hier diese klassischen Yoga-Bilder. Und hier können wir jetzt einfach ein Motiv auswählen. Zum Beispiel dieses hier, das sieht natürlich sehr, sehr entspannt aus. Oder dieses hier auch mit der Rose auf dem Teich. Und jetzt können wir hier einfach raufgehen. Und ja, hier können wir jetzt raufgehen. Und dann sehen wir schon, hier dieses Bild können wir uns hier auch komplett kostenlos downloaden. Und jetzt werden natürlich einige denken, okay, ist das überhaupt erlaubt? Und ja, das ist erlaubt, dass es als freie Nutzung freigegeben. Also hier freie kommerzielle Nutzung und kein Bildnachweis nötig ist. Das heißt, man muss hier nicht mal eine Quelle eingeben. Und man darf hiermit auch Geld verdienen. Hier steht extra nochmal, freie kommerzielle Nutzung. Das heißt, jeder darf dieses Bild hier verwenden, um Geld damit zu verdienen. Das heißt, wir können uns das Ganze jetzt downloaden. Und dann müssen wir einfach nur eine Sache machen. Und zwar, dann geht ihr einfach komplett einfach in ein Bild- bzw. in ein Videobearbeitungsprogramm. Ladet dann dort die Musik hoch, die ihr eben runtergeladen habt. Und fügt dann eben das Bild einfach mal ein. Ich mache das jetzt mal anhand eines Beispiels. Und zwar anhand des Movie Makers. Das ist jetzt ein komplett kostenloses Programm für Windows. Ihr könnt auch zahlreiche andere kostenlose Bildbearbeitungsprogramme verwenden. Zum Beispiel von Apple gibt es, glaube ich, auch eines, was kostenlos ist. Ansonsten könnt ihr auch den VSDC Free Video Editor verwenden. Der ist auch gut. Der ist auch komplett kostenlos. Also ihr müsst auch nicht jetzt irgendein Videobearbeitungsprogramm für diese Methode extra kaufen. Das ist auch Quatsch. Ihr könnt das alles mit einem kostenlosen Schnittprogramm machen. Ich werde es jetzt mal zeigen, wie das Ganze aussieht. Und zwar natürlich laden wir jetzt hier das erstmal runter. Und zwar klicken wir hier auf Download. So, und zwar habe ich jetzt hier beispielsweise Movie Maker das Bild schon mal hochgeladen. Und jetzt kann ich hier einfach die Musik, die wir eben gedownloadet haben, einfach hinzufügen, indem ich da raufklicke. So, und zwar so sieht das Ganze jetzt aus. Hier haben wir jetzt das Bild und hier haben wir jetzt die Musik hintergelegt. Und jetzt können wir hier einfach auf Film speichern gehen. Hier für YouTube speichern. Und dann können wir das Ganze auch schon hochladen auf YouTube. So, und gleich zeige ich euch dann, wie ihr mit diesem Video ganz einfach Geld verdienen könnt. Vorher noch mal ein kurzer Hinweis. Und zwar, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt auf ki-geld.com, kommt ihr zu dieser Seite. Hier könnt ihr ganz genau lernen, wie ihr vom Thema Künstliche Intelligenz, welches aktuell auch extrem im Hype ist, sehr, sehr gut profitieren könnt. Und euch ohne Vorwissen und ohne Startkapital ein passives Einkommen aufbauen. Dazu klickt ihr hier auf jetzt für 0 Euro starten. Dann seht ihr auch schon hier, was alles hier in unserem kompletten Kurs enthalten ist. Den könnt ihr auch aktuell schon komplett kostenlos für 0 Euro testen. Wichtig ist dabei, ihr müsst eure E-Mail richtig eingeben, weil das wird eben an eure E-Mail zugeschickt. Link dazu in der Videobeschreibung auf ki-geld.com und jetzt geht es weiter mit dem Video. So, das heißt, wir haben jetzt unseren Film bzw. unser Entspannungsprogramm fertiggestellt. Und jetzt können wir das hier einfach hochladen, indem wir hier auf das Plus klicken, auf Erstellen klicken, auf Video hochladen klicken. Und jetzt können wir hier dann unser Video gleich hochladen. Und das Ganze eben auch komplett kostenlos, indem wir hier auf Datei auswählen klicken und dann das Video hochladen. So, jetzt ist das Ganze natürlich schon hochgeladen. Das heißt, hier können wir jetzt einen Titel hinzufügen. Das heißt, das Ganze sollte natürlich zum Inhalt des Videos passen. Das heißt, hier zum Beispiel Relaxing Music. Am besten nochmal groß geschrieben. Oder dann kann man da nochmal zum Beispiel sowas wie Chill Music Mix. Und ja, hier natürlich nochmal das Leerzeichen entfernen. Und am besten immer was, was auch eben dann aktuell ist. Zum Beispiel dann 2022 oder eben 2023, 2024 und so weiter und sofort eben, welches Jahr gerade ist. Und ja, dann könnt ihr das Ganze auch schon hochladen bzw. könnt ihr natürlich noch nicht, weil jetzt hier dadurch verdient ihr natürlich erstmal noch kein Geld. Das Wichtigste kommt jetzt und zwar hier die Beschreibung. Und zwar hier könnt ihr eben einen Link hinzufügen, der eben genau dazu passt. Und durch diesen Link könnt ihr jetzt richtig gutes Geld verdienen. Und zwar immer wieder 46,79 Euro. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar kommt jetzt diese Seite hier ins Spiel. Nennt sich Digistore24. Werden mit Sicherheit einige von euch kennen. Das ist hier eine Online-Verkaufsplattform, auf der ihr euch kostenlos anmelden könnt und mit der ich persönlich auch schon richtig gutes Geld verdient habe. So, und hier sind wir jetzt auch bei Digistore angemeldet und gehen jetzt hier einmal auf den Digistore Marktplatz. Hier gehen wir jetzt beim Marktplatz mal das sogenannte Neowake-Abo ein bzw. einfach Neowake. Und hier sehen wir jetzt dieses Programm hier von Neowake. Neowake, ein extrem spannendes Programm, was ich auch persönlich sehr, sehr gut finde und was auch sehr, sehr gut wirkt. Wie genau das wirkt, das werden wir uns gleich mal anschauen. Und zwar hier hat man eben verschiedene Hörprogramme mit ganz bestimmten Frequenzen. Das heißt, wenn man sich Musik anhört, ist es nicht immer nur gleich Musik, sondern es hat natürlich auch bestimmte Frequenzen. Und je nach Frequenz hat es eben eine unterschiedliche Wirkung auf den Menschen. Und einige denken sich jetzt vielleicht, ja okay, das ist doch alles Quatsch, das funktioniert doch nicht. Aber ich kann es natürlich auch mit Studien beweisen und belegen, weil ich es natürlich auch selbst schon jahrelang so verwende. Und zwar, Neowake ist eben die Zukunft des Mentaltrainings. Neowake fördert eben den Schlaf, man kann sich besser entspannen, hat mehr Fokus und eben mehr Energie. Und das Ganze mit gerade einmal 10 Minuten pro Tag. Das heißt, man muss sich eben nur 10 Minuten diese Frequenz bzw. diese Musik anhören und hat dann eben schon einen direkten Effekt am bzw. im Gehirn. Und das Ganze tatsächlich schon nach 10 Minuten. Und um das Ganze natürlich zu beweisen, dass wir wirklich eine Wirkung haben, die auch wissenschaftlich bewiesen ist, zeige ich euch jetzt dazu mal ein paar Studien. Wir haben hier beispielsweise eine Studie aus dem Jahr 2017, die eben ganz genau nachgewiesen hat, dass man hier eben, nachdem man sich bestimmte Frequenzen hier angehört hat, beispielsweise hier 40 Hertz oder eben auch 340 Hertz, dass man dann eben nachgewiesenermaßen eine bessere Auffassungsgabe hat. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist gestiegen. In Studie Nummer 2 aus dem Jahr 2013 konnte nachgewiesen werden, dass man eben durch diese Musik oder durch hier eben die bestimmten Frequenzen auch kreativer wird. Und was ich auch sehr, sehr gut finde, dass man hier auch eben ein besseres Arbeitsgedächtnis bekommt. Und damit ich das Ganze natürlich auch nochmal ganz genau belegen kann, habe ich euch diese Studien im Detail natürlich nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar diese hier auf researchgate.net könnt ihr euch das Ganze selbst nochmal anschauen. Wichtig zusammenzufassen hier natürlich das Fazit. Und zwar es wurde hier eben durch die Studie ganz klar wissenschaftlich belegt, dass eben diese sogenannten binauralen Beats eben eine Verbesserung bei der Leistungsfähigkeit hervorrufen und eben auch eine insgesamt verbesserte Gehirnleistung zur Folge hatten. Wie gesagt, ihr könnt euch diese Studie gerne nochmal anschauen. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie ihr erstens selbst davon profitieren könnt und wie ihr hiermit dann auch noch Geld verdienen könnt. Und zwar könnt ihr dann bei Digistore auf jetzt promoten klicken und dieses Programm dann einmal weiterempfehlen. Das heißt, ihr bekommt dann hier einen sogenannten Affiliate-Link. Diesen Link könnt ihr perfekt unter euer Video posten. Und dann bekommt ihr jedes Mal, wenn eine Person draufklickt und sich eben für dieses Programm entscheidet, eben über 26 Euro an Provision. Aber dazu nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Bevor ihr etwas weiterempfehlen könnt, solltet ihr es natürlich vorher einmal selbst getestet haben, weil ihr könnt ja nichts empfehlen, was ihr gar nicht getestet habt. Deswegen habe ich dazu natürlich auch eine perfekte Lösung für euch vorbereitet. Und zwar mit dem Link in der Videobeschreibung könnt ihr ein komplettes Album mit dieser Musik gratis bekommen. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze selbst einmal anhören, könnt dann selbst entscheiden, ob ihr euch danach besser fühlt oder nicht. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, ihr werdet euch zu 100% besser fühlen, weil es eben wissenschaftlich bewiesen ist. Das heißt, ihr klickt dann hier auf Gratis testen, kommt dann hier zu dieser Seite. Hier seht ihr das Ganze auch nochmal. Hier bekommt ihr eben über, beziehungsweise genau 6 effektive Meditationssessions in einem Album. Das normalerweise auch knapp 30 Euro kostet, bekommt ihr hier eben für 0 Euro plus. Ganz wichtig, ihr bekommt hier nochmal vom kompletten Neowake-Programm eine 7-Tage kostenlose Testmitgliedschaft nochmal kostenlos mit dazu. Und ja, da könnt ihr euch ja selbst nochmal ein Bild davon machen. Solltet ihr auch wirklich machen, bevor ihr mit Geld verdienen wollt, weil, wie gesagt, ihr könnt ja nichts weiterempfehlen, was ihr gar nicht selbst getestet habt. So, und wie es dann weitergeht, erkläre ich jetzt. Und zwar Schritt 1 natürlich, testet das Ganze einmal aus. Link dazu in der Videobeschreibung und schreibt natürlich auch euren ersten Eindruck, beziehungsweise eure Erfahrung dazu in die Kommentare. Das würde mich auch sehr interessieren. Ich war damals, als ich es das erste Mal getestet habe, extrem überrascht, wie gut das Ganze echt funktioniert beim Thema Entspannung und auch beim Thema Konzentration und allgemein beim Thema Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ihr das Ganze dann getestet habt, könnt ihr dann wieder zurück zu Digistore gehen und auf Jetzt promoten klicken, dann bekommt ihr einen Link freigeschaltet. Und zwar bekommt ihr dann eben diesen Link hier. Den müsst ihr dann einfach einmal kopieren und könnt ihn dann unter euer Video einfügen. Ich wiederhole es aber nochmal. Wichtig, ihr müsst das erst einmal selbst getestet haben, weil sonst könnt ihr es ja eben gar nicht weiterempfehlen, beziehungsweise dann wäre es auch sehr, sehr unseriös. Deswegen testet das Ganze erstmal. Link dazu in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ein kostenloses Album bekommt ihr da einfach geschenkt. So, und jetzt gehen wir eben zurück zu YouTube und fügen unseren Link in das YouTube-Video ein. Wir schreiben jetzt hier folgendes hin. Neowake Music 7 Tage kostenlos testen und fügen dann hier eben unter unseren Digistore-Link ein. Jetzt läuft es eben folgendermaßen ab. Und zwar die Leute, die dann hier auf das Video kommen, die sehen dann natürlich, okay, hier ist nochmal ein spezielles Programm zum Thema Meditieren und sehen dann, okay, man kann das Ganze kostenlos testen. Das heißt, jedes Mal, wenn dann Leute raufklicken und dann davon überzeugt sind und dann hier bei diesem Abo mitmachen, dann verdient ihr jedes Mal Geld. Und das Beste ist, alle profitieren. Das heißt, YouTube profitiert natürlich, weil sie wieder ein neues Video haben. Ihr profitiert natürlich, weil ihr damit noch nebenbei Geld verdienen könnt. Und die Leute profitieren natürlich auch, weil sie sich eben durch das Programm besser entspannen können und weil es natürlich dann auch besser für die Gesundheit ist. Also eine Win-Win-Win-Situation und ja, eine extrem geniale Methode, um eben nebenbei Geld zu verdienen. Das heißt, das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist hier auf Weiterklicken und das Ganze dann hochzuladen. Und das Beste ist, ihr habt gesehen, es dauert nicht wirklich lange, hier so ein Video hochzuladen. Man kann es wirklich mit zahlreichen Videos machen. Das heißt, ihr könnt auch 100 oder 200 oder 300 Videos machen. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, okay, das funktioniert doch aktuell kaum noch. Es gibt doch schon viel zu viele. Und da will ich jetzt natürlich nochmal einen ganz klaren Gegenbeweis liefern. Und zwar habe ich hier nochmal als Beispiel den Kanal Beautiful Relaxing Music. Ihr seht auch, die Namen, beziehungsweise der Name des Kanals muss nicht kompliziert sein. Es muss keine Raketenwissenschaft sein. Einfach irgendwas mit Entspannen, mit Musik und am besten noch ein passendes Wort dazu. Und zwar Beautiful oder Relaxing Super Music oder New Relax Music. Irgendwas in der Rechnung. Natürlich sollte es den Namen vorher nicht geben. Und auch dieser Kanal, der ist komplett neu. Das heißt, der ist gerade mal von 2020 und hat schon fast 100 Millionen Aufrufe erzielen können. Und eben über 235 beziehungsweise 250.000 Abonnenten aufgebaut mit dieser einfachen Methode. Und ihr seht hier auch, der macht genau das Gleiche. Das heißt, mehrere Livestreams laufen lassen und dann eben zahlreiche Videos noch immer zum Thema Entspannungsmusik hochladen. Und jetzt nochmal ein Tipp. Und zwar, ihr seht hier zum Beispiel, haben wir eine ganz andere Sprache. Ihr könnt natürlich auch zahlreiche Sprachen verwenden. Das heißt, ihr könnt das Ganze dann einmal auf Deutsch hochladen, auf Englisch, auf Chinesisch, beziehungsweise Mandarin, auf Spanisch, auf Französisch. Also im Prinzip könnt ihr das gleiche Video oder mehrere ähnliche Videos eben auf verschiedene Sprachen hochladen und könnt dann damit eben extrem gut Geld verdienen. Zum Thema, wie man hier mit einem Livestream startet, dazu klickt man hier einfach rauf und kann dann hier einfach auf Livestream starten gehen. Natürlich muss man dann zum Beispiel noch ein Bild vorbereiten, zum Beispiel mit dem, oder auch insgesamt den Livestream vorbereiten, zum Beispiel mit dem OBS-Studio, weil wenn ihr hier jetzt auf Livestreams starten geht, dann wird wahrscheinlich in den meisten Fällen nur eure Kamera angehen. Deswegen solltet ihr das Ganze nochmal mit dem sogenannten OBS-Studio machen. Aber wenn ihr das nochmal separat in einem anderen Video sehen wollt, wie ihr das mit dem Livestream hier machen könnt, dann gebt natürlich gerne einen Daumen hoch und schreibt gerne mehr davon in die Kommentare. Ja, ihr seht, das ist eine Methode, die wirklich richtig gut funktioniert und die auch heutzutage noch funktioniert mit einem neuen Kanal. Das heißt, der andere Kanal, klar, den ich als erstes gezeigt habe, der mit zwar 10 Millionen Abonnenten, der war natürlich schon älter, aber dieser Kanal ist ganz frisch, nicht mal zwei Jahre alt und zum Vergleich, ich mache seit 2016 YouTube und habe gerade mal knapp 35 beziehungsweise knapp 40.000 Abonnenten und dieser Kanal macht seit 2020 YouTube, also ist vier Jahre nach mir angefangen und hat schon richtig viele Abonnenten und schon fast 100 Millionen Klicks, wovon ich nur träumen kann. Das heißt, mit dieser Methode könnt ihr auch deutlich schneller Reichweite aufbauen als in anderen Bereichen, weil es eben auch international ist. Es ist jetzt nicht nur auf deutsche Personen bezogen, weil auch Engländer, auch Franzosen, auch Spanier müssen sich entspannen und deswegen ist es hier eine extrem gute Methode, um nebenbei Geld zu verdienen. Ihr habt ja genau gesehen, wie einfach das Ganze ist und ja, deswegen nur zu empfehlen, testet es gerne mal aus. So und jetzt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis und zwar, wenn euch dieses Video schon gefallen hat, dann wird das, was jetzt kommt, euch garantiert begeistern und zwar, wenn ihr auf den Link in der Videobeschreibung klickt, auf teamleon.de kommt ihr direkt auf diese Seite. Hier könnt ihr euch gerne nochmal kurz dieses Infovideo anschauen. Hier haben wir nochmal über 20 verschiedene Wege zum Online-Geldverdienen, die wir auf YouTube gar nicht zeigen, mit denen wir auch schon zwischen 10.000 bis 100.000 Euro online verdient haben. Hier bekommt ihr in einem einzigen Programm über 90 Videos, die euch nochmal ganz genau auch das Thema Gewerbeanmelden, Steuern, Finanzamt, Online-Geldverdienen, anonym und vom Handy aus erklären. Und das Beste ist, ihr bekommt hier auch regelmäßige Updates, das heißt, hier seid ihr immer auf dem neuesten Stand und das heißt, wie gesagt, wenn euch diese Videos auf YouTube schon gefallen, hier erklären wir alles nochmal viel, viel ausführlicher als auf YouTube und hier sind auch eben Methoden enthalten, die wir auf YouTube gar nicht zeigen und das Beste ist, ihr könnt hier aktuell auch schon für 0 Euro starten, indem ihr hier auf für 0 Euro starten raufklickt, dann kommt ihr zu dieser Seite hier, seht nochmal ganz genau, was alles enthalten ist. Wichtig dabei, ihr müsst hier eben eure E-Mail richtig eingeben, weil ihr bekommt hier eine komplett kostenlose Testphase auch noch für 0 Euro und könnt dann hiermit mit dem Kurs schon starten. Wir würden uns sehr freuen, euch mit dabei zu haben. Link zu dem Kurs in der Videobeschreibung auf teamleon.de. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Daumen hoch natürlich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.